Thomas Forschbach von Werdemusike, herzlich willkommen zu diesem ersten Video einer sechsteiligen Challenge Wie werde ich zum Meister am Klavier? Also pass auf, heute ist Sonntag, das kommt jetzt jeden Sonntag pünktlich um 8 Uhr morgens online und zwar, ja das sind die Sonntagsvideos für die nächsten sechs Wochen Was heißt es jetzt in sechs Wochen zum Meister am Klavier? Heißt es, dass du in sechs Wochen alles spielen kannst? Natürlich leider nicht aber in sechs Wochen werde ich dir jeden Sonntag immer so ein paar kleine Tipps beibringen die definitiv Profitricks sind, ja Also wenn du dich ans Klavier setzt und diese Tipps umsetzt, dann wirkt das schon ziemlich gigantisch und ziemlich beeindruckend Also, ja das ist eine kleine Serie, ich hoffe du hast Spaß dran Es sind sehr unterschiedliche Tipps dabei, ich freue mich wenn du immer dabei bist, die Videos teilst und auch immer wieder mal in der Videobeschreibung nachschaust, da verlinke ich dir immer unterschiedliche Themen noch begleiten zu dieser Challenge Also, viel Spaß dabei, ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar, auf eure Kommentare und jetzt geht's los Wir starten heute mit der Sache, die du als erstes tun solltest, wenn du dich ans Klavier setzt Also, es gehört ein bisschen Show dabei, aber auch direkt ein kleiner Kniff Also, pass auf, zwei Möglichkeiten gibt es Die erste Möglichkeit habe ich schon mal in einem separaten Video abgedreht, das schaust du dir am besten an Und zwar verlinke ich dir das Video hier unten Da zeige ich dir, wie du folgen des Spiels ungefähr Ja, ich nenne das ein gigantischer Klavierlauf, heißt das Video Ja, das ist ein Lauf, aber ich verspreche dir, den kannst du spielen So, das macht natürlich immer einen guten Eindruck, du setzt dich ans Klavier Und als allererstes holst du da einen solchen Sound raus Das geht zum Beispiel auch immer gut, wenn man irgendwie plant, irgendwie was Klassisches zu spielen So in diesem Bereich Aber, ich habe noch was anderes, was immer ganz cool kommt Zum Beispiel, wenn ein Musiker gerade auf der Bühne ist und Soundcheck macht Dann setze ich gerade an ein Klavier, dann geht das irgendwie eher in diese Richtung Zum Beispiel so Eigentlich geht es nur um so einen kleinen Griff Ja, also Das ist so ein kleines Riff Also es ist quasi kurz ein Instrument anspielen, aber es klingt zudem auch geil Macht zudem sehr viel Eindruck Allerdings soll es ja nicht nur Eindruck machen Sondern später in dieser Challenge, in dieser Serie Wirst du auch erfahren, dass das Was da wirklich musikalisch hinter steckt und was man damit noch machen kann Das ist nämlich ziemlich beeindruckend Okay, also, das zeige ich dir konkret Und zwar ist das hier die Tonart E-Moll, in der ich das machen würde Das heißt, in der linken Hand spielen wir ein E In der Oktave Ich weiß, du kannst es jetzt nicht sehen, aber Besser noch eine Oktave tiefer, ist genau das gleiche Weil es einfach nochmal fetter klingt Auch schön Gleichzeitig Unten der rechten Hand Am besten hier oben Das Besondere ist eigentlich hier dieser Quadgriff Zwischen H und E Das muss noch nicht mal H und E sein Das kann auch E und A sein Vielleicht sogar auch D und G Genau D und G ist auch super Und hier Dann mit kleinen Variationen Also, es geht erstmal um den Griff Das wäre der erste Schritt, dass du das einmal übst Und zwar auch mit der Betonung Dass der zweite Laut da ist Der erste eher so als Abgehoben und dann Einmal feste drauf Ja, hoch Und dann volle Suppe So Erste kleine Variation Wäre, wenn du hier noch den Daumen vorher Mit dem Daumen des A spielst Minimal als Ghost Note nennt sich das Ja, Geisternote, die man fast gar nicht wahrnimmt Und was ich vorhin gemacht habe Ist nicht nur das A vorweg zu spielen als Ghost Note Sondern auch das B A, B Ja Einzelne ist das A, B, H Ganz schnell Ja, mal schauen, ob du das schon machen kannst Das muss eventuell hier trainiert werden So, und dann wird das hier leider auch mit dem Mittelfinger gespielt Ist nicht ganz so bequem Ja, vielleicht sogar Beim zweiten Mal doch mit dem Zeigefinger Guck mal hier Hier wechsle ich den Finger Und das klingt schon Zinnig professionell Und übrigens von solchen kleinen Tönen lebt sehr viel Ja, was Profis von Anfängern quasi ein bisschen unterscheidet Ja, das wirst du im Verlauf dieser Serie nochmal sehen Dass es sehr oft mit solchen kleinen Tönen zu tun hat Guck mal, stell dir mal vor Du setzt dich an ein Klavier Haust hier unten erstmal fett die Oktave rein Machst dann oben noch Den hier Das wirkt schon mal ziemlich cool Das wird für dich irgendwie so Hä, das ist doch irgendwie einfach Das ist doch gar nichts Es wirkt nicht nur cool Es ist auch cool einfach So, und dann kannst du Ja, das ist doch gar nichts 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 so und dann kannst du als nächstes hier noch diese einzeltöne spielen b a g e zeigefinger daumen zeigefinger daumen ja dafür müssen wir hier mit dem mittelfinger auf dem haar bleiben dafür so und dann lässt du das klingen das pedal ist gedrückt und am schluss in der linken hand d dis e und mit dem e lässt du das pedal los guck mal hier die töne klingen achtung so ein bisschen als abdämpfer um um wieder quasi aufzustehen zu sagen okay soundcheck ist erledigt vielen dank hat alles gut geklappt also wie gesagt es gehört dir gerade ein bisschen show hinter musiker sind ja kommen aus dem show geschäft letztendlich das gehört immer dazu es hat allerdings auch ein bisschen coole musiktheorie wie ich vorhin schon gesagt habe man steckt dahinter auf die wir im verlauf dieser serie eingehen werden ja was ich zwar zum beispiel hier gemacht habe und letztendlich habe ich hier auch nur improvisiert das ist eine möglichkeit von der auf die wir später noch eingehen werden ja und das ist einfach mal so ein cooler einstieg wenn du dich ans klavier setzt um nicht irgendwie so nur kurz ein paar töne zu drücken oder wie geht das noch mal sondern am besten hast du erst mal hier so fest im retwater und da kann es losgehen ja dann ist sie die halbe miete schon drin also ich hoffe du hast spaß mit diesem tipp hier und es wird definitiv noch auch eine sehr abwechslungsreiche serie und ich freue mich wenn du weiterhin dabei bist und vor allen dingen wenn du magst teil auch gern hier das video und mal bei facebook wenn du sagst hey leute wer macht noch mit bei der challenge würde mich natürlich sehr freuen ansonsten vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video